da natürlich gießkannen tülle ist keine tülle ok 1000 füßler tannen zaffel fischstern kette metallsäge blasebalg schlangen nelke drachen müssen wir kriegen bestimmt münze wir kriegen bestimmte metallsäge was ist denn eine gießkannen tülle das ding da vorne dass eine tülle ich kenne mich da ja nicht so aus das ist aber irgendwie alles was so bewegen kann oder ach so nein da das kann natürlich das sah für mich aus wie ein trichter hä das muss ich mal googeln wenn ich hier fertig bin tannenzapfen hatte ich den hätte ich schon mal gesehen glaube ich aber hier ist nichts da ist doch nicht doof und ein stern da ist dann vielleicht eher hier da im dunkeln dann ein fisch war da nicht hier hinten einer fisch kette ist da die schlange soll man hier und der drache ist ja unruh nein das wollte ich nicht du bist keine mütze ich weiß du bist ein mutter was hätte ja sein könnte ich traue dem spiel ja mittlerweile alles 8 münze ja dann hätte es eh nicht sein können weil ich habe jetzt immer irgendwie mütze das ist mütze blaseball brauche ich ja nur noch den fisch da kriegte metallsäge was heißt wir können uns jetzt im hotel fahrrad zusammen sägen ach jetzt noch ein bild damometer schildkröte trompete vogel da ist bestimmt die süßigkeit drin da vogel biene du bist keine biene ähm perlen hammer zeitung korken krabbelzigarren hier kriegen wir bestimmt unseren korken den da perlen bestimmt eine kette oder die dürfte dann da sein genau ja nein ich wollte sagen die dürfte ja nicht dann hier sein weil dann wäre die auch rot gewesen ähm zigarren vogel du bist ein vogel krabbe wieso ist denn hier eine zeitung habe ich das nur falsch gelesen zeitung nö das dort nö hm da ist eine zeitung ok ok also alles müsste sich jetzt in diesem bereich befinden den ich sehen kann wenn die tür öffnen ist ok bina 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 komm lag und hammer ist eigentlich theoretisch er nicht weiß nicht da ist eine biene Was ist der Hammer? Ist das ein Messer? Ja, sorry, das sah für mich ja aus wie ein Flaschenöffner. Wir haben jetzt einen Korken, aber wir können uns jetzt hier das abschneiden, genau, absägen. Es fehlt uns noch Schwarzpulver. Der ist kaputt, da können wir nichts machen. Da haben wir nichts vergessen oder übersehen. Können wir dann da die Stämme schon reinmachen? Gucke ich den Schießpulver hier. Vor allem weiter können wir ja gar nicht. Ach, guck mal einer an. Oh nein. Ich brauche jetzt wirklich vier von den Dingern? Oder was? Oh Gott. Mir scheint es ja schon machen zu können. Ich denke mal, ich muss da hin. Vermutlich muss ich die auch noch mitnehmen. Die kann ich nicht drehen. Oder? Also nicht nicht oder kann ich die drehen, sondern oder muss ich die... Ich denke es mir mal dann. Ne. Geht ja auch gar nicht. Ja, aber müssen die mit... Mit da rein oder müssen die nicht mit da rein in diese Linie? Rede mit mir, Spiel. Bitte. Muss es durch alle Röhren durch? Oder? Also müssen alle Röhren mit bedacht werden? Oder? Das macht irgendwie keinen Sinn. Das sowieso nicht. Das ist halt nicht, ob alles mit da rein muss. Das wird mir vom Spiel ja nicht gesagt. Das macht keinen Sinn. Aber ich gehe hier oben lang. Also. Das macht aber das keinen Sinn. Was schießt das hier an? Macht das ja auch keinen Sinn. Ah, hier alles keinen Sinn macht. Es geht ja nur so. Es könnte auch so. Ach so. Das wusste ich nicht. Äh, die Tür war da. Bitte lasst es da Schwarzpulver geben. Das ist übrigens schon fast fertig. Ich brauche nicht mehr so viel Platz auf der Platte. So, was muss ich jetzt tun? Erhelle die benötigte Anzahl der Löcher, äh, an den Löchern in jeder Reihe, indem du die Kupferplatte auf das Spielfeld legst. Drehe die Platte mit Hilfe der rechten Maustaste. Ähm, hä? Ähm, hä? Wie kann ich die denn austauschen? Ist das gar nicht, oder? Ähm, Woah! St shelter. Stes. Stes. Das war's. Ach so, sag mir das doch. Ähm. Also ich kann die nicht übereinander legen. Ähm. Das macht gar keinen Sinn. Moment. Wie krieg ich denn acht zusammen? Ähm. Okay, mal gucken. Ich hab hier vielleicht eher... Das macht gar keinen Sinn. Das sind ja dann... Obwohl. Das so mach. Hier eine Acht. Reicht ich noch eine Eins. Gut, ich Drei. Hm. Okay. Okay.